Also die Freude am Job macht sehr viel aus, dass du also die Arbeit gerne mit Kunden und jeden Tag lernst neue Menschen kennen, das macht sehr viel Spaß. Also aufstehen, Kaffee trinken, bisschen Zeit mit der Familie in der Früh, dann fahr ins Büro, check die E-Mails und dann geht's schon zu den Kunden. Alles sehr abwechslungsreich, eben wie gesagt, viel Freude mit den Kunden, jeden Tag neue Menschen und man kann sich die Zeit sehr gut einteilen. Immobilien ist eigentlich ein großer Bestandteil im Leben, wo Menschen sehr wichtig ist, dass sie sehr glücklich sind. Seit 2018. Bei Wimax. Ja, man muss fleißig sein und die Kunden müssen zufrieden sein, professionelle Arbeit und dann kommt der Erfolg einfach alleine. Kurze Zeit mit der Familie in der Früh und dann geht's auch schon in die Arbeit. positive Energie, das muss man dann wissen. Mit Zeit mit der Familie. Ziele setzen, Ziele erreichen, meine Spontanität. Ziele setzen, Bayern, Bayern München, Malediven, Mer, Chips und ACDC. Und ein paar Torten darf es noch geben wahrscheinlich dazwischen. Da sind wir dabei. Sehr gut.